Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin mal wieder auf einer Rettstrecke unterwegs, aber diesmal für etwas ganz Besonderes, denn ihr bekommt einen Einblick in etwas, was nicht jeder muss. Und zwar gibt es ein neues Auto von Mercedes-AMG, den Mercedes-AMG GT4. Das heißt also, ein Rennauto für Gentleman-Fahrer, für Amateur-Fahrer haben wir entwickelt und die Basis von dem Auto ist der Mercedes-AMG GT4. Das heißt also, das Rennauto für die Straße, das Biest, wie man auch immer will. Und ich habe das Auto maßgeblich mitentwickelt. Das heißt also, wir haben knapp 30.000 Testkilometer hinter uns gebracht und jetzt hier in Spa, ich bin natürlich in Spa, präsentieren wir das Auto. Das heißt also, hier steht das Auto, das für die GT4-Serie entwickelt wurde. GT4-Serie, was bedeutet das? GT4 ist also eine wirklich reine Gentleman-Amateurin-Serie, knapp unter der GT3. Das heißt also, die Serie, wo ich unterwegs bin und dafür haben wir das Auto entwickelt. Es gibt noch andere Hersteller, die auch Autos da haben, aber wir wollen natürlich da nächstes Jahr richtig angreifen. Das heißt also, Mercedes-AMG GT1 ist die Basis und einige Teile sind aber auch vom GT3 mit integriert. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich habe die Kamera mal mitgenommen beim Test und zeige euch jetzt Bilder, wie gesagt, die nicht jeder sehen kann. Das also ist der neue Mercedes-AMG GT4, also die neue Rennwaffe sozusagen aus dem Haus der AMG. Es war nur ein kleiner Einblick in die ganze Materie, aber in Spa werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen, dann zum kompletten Auto. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, jetzt einen ganz exklusiven Einblick zu kriegen. Wenn es euch gefallen hat, geht einen Daumen nach oben. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!